In einem Dorfe namens Spandau, unweit der missratenen Schreckenstadt Berlin, lebte der namenhafte und edle Ritter Hanno III. Weit bekannt war er für sein lautstarkes Lachen und seinen prachtvollen Schnauzbart, um den ihn manch anderer höchlich beneidete. Doch die Sicherheit seiner Spandauer war Hanno von höchster Bedeutung. Das Wahrzeichen Spandaus, die Zitadelle, verteidigte er stets bis auf sein edles Blut. Wie auch an jenem schicksalshaften Tag. Schön auf den Sonnenagier, ein bisschen im Burghof, Spandau, Zitadelle, ein bisschen trainieren. Was haben wir hier? Ihn hier, den mag ich. So, dann, äh, schön durch. Für die Gedärme, um die rauszukriegen. Vielleicht noch ein Schild. Äh, ja, ja. Ups, was ist das? Nee, wir werden angegriffen, Leute! Von wem? Männer, an die Welle. Wer wagt, den Spandau anzugreifen? Uli, sag! Was, du musst los? Da ist doch, ey, miese Schwein! Das ist doch ein Kölner! Komm her, du. Oh, weißt du aus, hä? Boah, es gibt einen auf die Fresse, Junge. Stehst du auf? Oh, du willst aufstehen! Und der denkt auch hier. Kann einfach... In meinen Laden kommen! Du miese, dumme Kölner Sau! Wer ist er denn? Hehehe. So, guck mal her, Freundchen. In den Rücken. Und ich hol mir seinen Skalb. Komm mal her, mein Süßer. Gib mir deinen Skalb. Gib mir deinen Skalb! Da! Hab ich ihn? Egal. Oh, Rüdiger hat sich erwischt! Ähm, ich helf dir. Komm, Kumpel. Ich schieb dich. Die Kölner sind gleich dort vorn. Rüdiger. Aber der lebt, glaub ich, noch. Oh, jetzt nicht mehr. So, guck mal hier. Ein bisschen Golf. Geil. Soll ich mal Mafia-Style machen? So. Guck mal her, Freundchen. Warum sind hier nur Kölner? So, jetzt rassier ich euch. Arme nach Köln. Oder wie das heißt. Hey, hey, hey. Jungs, Jungs, Jungs. Warum sind denn hier nur noch Kölner? Männer, ich brauche Verstärkung. Ich hab so... Oh, ich hab nur ein Zeug. Oh, wir spannen da. Oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Da habe ich mir wohl das Mikrofon herausgezogen. Das ist aber doof gelaufen. Was war aber gerade? Kam die einfach zu 10 nur gegen mich, ne, Ben? Gehst du weg, Renn? Deine Kehle gehört mir. Deine Kehle gehört mir. Weg. Und von dem will ich ein Bein. Komm, gib das Bein her. Säbel, Säbel, Säbel. Komm, gib mir dein Bein. Ey. Muss ich jetzt aber nochmal... So, wie Brot schneiden. Wie Brot, gib mir dein Bein. Komm. Oh, nee, ey. So eine Scheiße. Die haben wir noch, wa? So, war gut? Wo steh ich? Du stehst noch super. Geil. Aber es ist Sport, ne? Dit ist Sport. Meine Fresse hier auf dem Montag so im Arsch. Ich hab auch Muskelkater von gestern. So, heute aber Training. Immer ein bisschen Fernkampf. So. Und den nehmen wir mit. Und sicherheitshalber, falls wieder irgendwelche Popperzen lecker ankommen, schön doll. Finde ich ja, finde ich ja klasse. Was? Was? Auf den Montag? Wer ist denn das jetzt schon wieder? Wo sind die Schweine, Jungs? Da. Nee. Hamburger. Jetzt gibt's auf die Fresse. Wer da hin denkt, der wär's, ne? Komm, zieht mal den Kopf ein, Jungs. Achtung. Ich schieße jetzt. Ach, scheiße. Wo schieße ich ihn hin? Vielleicht mal aus der Hüfte? Oh, scheiße. Oh, Glück ab. Nein. Oh, wo ist der Köcher? Jungs, das ist nicht cool. Das sind zu viele. Oh, dodged. Wir brauchen Verstärkung im B-Sektor. Oh, scheiße. Ich hol mir die Arme raus. Siehst vielleicht besser. Oh, Gott. So, jetzt vorsichtig. Jawohl. Die ist ready. So, wo sind die Schweine? Uli, ich bin genau hinter dir. Warte. Oh, der will. Ich bin ein G. Voll in die Leiste. Schnell weg. Ich glaube, ich boxe jetzt ein bisschen. Wer braucht die Fresse? Komm, schön mit der Plattenrüstung. Ich bin ein bisschen. Eifelküße. Oh, boah. So. Und gegen den Pfosten geht. Mami. Holkern. Hinan. Gesung. Und der. Oh. Und ich nehme dich mit, du Sau. Ich nehme dich mit. Na komm. Und weg mit dir. Oh. Schön auf den Montag. Richtiges Ackermensch. Ich kann nicht mehr. Boah. Wo bin ich denn? Was für also stetig ihr Belagerungszustand. Ich mach jetzt Baseballtraining. Nehm ich den mit. Oh Scheiße und den. Ey Jungs, den und den. Schön auf dem Rasen. Bisschen bei. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt schon wieder. Boah jetzt reicht es mir aber. Wer ist das? Lila. Das sind Berliner. Oh weia. Ich muss mir erstmal den Kampf freiknüppeln. Ja du. Diese Sau du. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh wir trommeln heute. Ding Ding Ding. Guli 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 Guli. Gott sei. Ding Ding du. Ding Ding du. Oh Scheiße ich sehe nichts. Komm in die Schere. Komm in die Schere. Du hast ja gar nicht tänzelt. Uh. 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 Ah. Boah. Und die doppelte Vorhandschelle. Boom. Boah. Immer noch. Boom. Boom. Du bleibst liegen. Ich kann hier mehr. Drei Tage in Folge Ackermatch. Ich ruh mich erstmal aus. Ich setze mich hier mal zwischen die Fässer. Boah. Oh. Oh. Oh Jungs bitte. Geht. Geht. Bitte einmal kurz Pause. Hier komm. Ich meine Knie. Knie 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 Knie. Schlamts Arschloch. Während ich hier Pause mache. Komm der scheiß Berliner. Ei. Ei. Komm das war es auch schon. Das tut nicht doll weh. Oh. Da müssen frische Luft ey. Ey. Fucht mit dem Ding nicht so rum. Ich krabbel zu dir. Wo bist du? Nicht verstecken. Krabbel zu dir. Und jetzt spielen wir Schubkarre. Schubkarre. Komm ich bring dich in eine Pause nach Berlin. Komm wir fahren Schubkarre. Nicht überall. Nein. Oh. Na gut genug Pause gemacht. Was haben wir denn hier? Was zum schmeißen. Guck mal. Oh. So. Den haben wir. Was haben wir hier noch? Boah. Ich kann nicht mehr. Boah. Ich setze mich hier in die Ecke. Boah. Leben. Gib mir dein Bein. Ich schneide eine schöne Scheibe ab von deinem Schwarzwälder Schinken. Und dann werde ich dich essen. Ich habe nämlich das Gefühl, mir fehlen ein paar Kohlenhydrate, Proteine und ein bisschen Energie. Oh, ich hatte es glaube ich gerade. Leute, ich kann nicht mehr. Die scheiß Rüstung wiegt irgendwie 50 Kilo. Und ich mache hier Sport. Müsst du Wasser trinken? Ja, irgendwas. Knappe. Einmal der Kelch, bitte. Ja, natürlich. Füllen sie ein. Ja, selbstverständlich. Geschwindig. Ich bin in der Schlacht. Zum Wohle. Vielen Dank. Das Elixier des Lebens. Water. Water ist eine Kuh. Die macht mich einfach muh. Die macht mich... Wie heißt das? Set? Das muss schmecken. Kannst du löffeln und auch schlecken. Boah. Vielen Dank. So. Ist jetzt hier mein Ende? Die Berliner hauen rein. Hallo. Aufschieb Brandenburg auf Brandenburg. Feierabend. Abonnieren. Nicht vergessen. Aufschieb Brandenburg auf 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 Brand